Ja, das sind dann unsere heutigen Tagesthemen, sozusagen. Nachher, Richard David Precht, Karl Kenneth, ja, wir werden es nachher machen. Wir beginnen aber mit den Kurznachrichten. Jetzt erst einmal das Bild ein bisschen rücken. Ja, ich glaube, so lassen wir mal das Tagesbild. Und wir beginnen aber wieder mit ein paar Kommentaren, so als Gruß an die Links- und Rechtsextremisten, was vernünftige Leute zu unseren Produktionen sagen. Hier wirklich interessant. Vielen Dank für so viel geballtes Wissen. Ihr schafft das weiter so. Interessanter Kanal. Exzellent. Na, damit lassen wir es mal für heute wieder beruhen. Ja, so viel als Gruß an die Linksextremisten und Rechtsextremisten. Vernünftige Leute sehen das anders als ihr. So, die Kurznachrichten zum Tagesbild. Dr. Wolfgang Wodag spricht wieder davon, dass man das Gesundheitssystem oder wesentliche Aspekte des Gesundheitssystems in die staatliche Hand nehmen sollte. Und dagegen steht ja, dass die Vorstellung der Next Scientist for Future von den positiven Anreizen, die man generell dem Ärztetum setzen müsse. Und da ist das Dilemma, dass eben die staatliche Hand sozusagen Teile, zum Beispiel das Impfen, allein also quasi aus dem Geschäftskontext herauszunehmen und in die staatliche Hand zu nehmen. Ja, das ist ja zum Beispiel eine Idee von Dr. Wodag. Aber das löst eben nicht grundsätzlich das Anreizproblem in der gesamten Medizin. Ja, auch wenn dann sozusagen mit Impfungen keine Profite mehr zu machen wären, ist dennoch sozusagen ja die ganze Medizin steht ja dann immer noch unter der Mentalität sozusagen, der Vorteilbringenden Irrtümer, ja, also quasi dann macht man einige staatliche Inseln, ja, sozusagen versucht, dass die Impfungen nicht zu sehr ein Geschäft auf Kosten der Menschheit werden, sozusagen. Sondern und so versucht man manche Dinge dann in der Staatshand zu haben, ja, aber was ist mit dem Recht, was ist mit der Denke, die dann auch die Gesundheitsämter ja flutet, ja, denn sozusagen immer noch hat man ja nicht die Vorstellung, dass die Gesundheitsämter besser von Biologen, die überhaupt keinen Kontakt mit der Medizinindustrie haben, besser gelenkt werden müssten, damit eben dann die ganzen Vorteilbringenden Irrtümer der Mediziner nicht durchschlagen, ja, sozusagen. Ja, zeigen wir das nochmal kurz. Also wie gesagt, hier haben wir den ersten Früharzt, der sich eben nicht irrt und in der Wahrheit lebt. Dann nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion kommt es zwangsläufig zum ersten Früharzt, der sich irrt. Und unter Bedingungen von freiem Markt und freier Arbeitsteilung muss es dann zwangsläufig dazu kommen, dass zum Beispiel irgendwann ein Irrtum entsteht wie, Och nö, sie können ruhig völlig unnatürlich leben, sich völlig unnatürlich ernähren, die moderne Kunstnahrung essen und so weiter, ist genauso gesund, ist alles kein Problem. Die wirkliche Krankheitsursache sind allmächtige, winzige Dinge, die man dann später Viren und so weiter nennt. Ja, und dieser Mensch, ein Arzt, der diesem Irrtum nachkommt, der redet quasi die Menschen hinein in einen falschen, krankmachenden Lebensstil, Ernährungsstil. Und dann werden die Leute chronisch krank und er kann ihnen ganz viel verkaufen. Und sein Irrtum erweist sich als vorteilbringend. Er kann dann zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren, wird der Vorfahre von Drosten, Wieler und Lauterbach. Und seine vorteilbringenden Irrtümer werden zum Studieninhalt des Medizinstudiums sozusagen. Und da nützt es mir nichts, wenn ich das Impfgeschehen in die Staatshand nehme, der Glaube oder die Gefährlichkeitsüberschätzung von Viren, Bakterien und so weiter. Und die Tendenz dann zu sagen, gegen so allmächtige Killer, nein, da hilft das nichts, wenn man einen gesünderen Lebensstil jetzt unterrichten würde. Nein, nein, die sind so allmächtig, diese Killer. Dagegen hilft nur Impfen. Also das heißt, das Grundproblem einer irrtumsbehafteten, von vorteilbringenden Irrtümern gespickten Medizin löst sich nicht, wenn ich das Impfen in die Staatshand nehme, sondern immer noch drängt, sozusagen drängen die vorteilbringenden Irrtümer des Medizinstudiums dann auch in die Gesundheitsämter rein, auch in die Staatshand hinein und führen dort eben zu unrealistischen, naturwissenschaftlich nicht haltbaren Überschätzungen der Notwendigkeit von Impfungen und so weiter. Und wer weiß, wie viele Impfungen wir tatsächlich noch bräuchten, wenn die ganze Bevölkerung, so wie das ja die NextScientistsForFuture.de wollen, über die Wohlfühlstimmen, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten, die Wirtschaftswunderdaten und so weiter. Die Wirtschaft gelenkt hin, wird die Bevölkerung total gesund zu ernähren, gesund leben zu lassen, gesund und glücklich leben zu lassen. Und das heißt, wir würden möglicherweise doppelt so starke Immunsysteme in der Bevölkerung haben. Und was dann daraus resultiert, ob man dann überhaupt noch Impfungen braucht. Also Impfungen sind dann möglicherweise plausibel, solange die Kinder falsch aufwachsen, ja, zum Beispiel mit Sakrotan aufwachsen, also Desinfektion, also den sogenannten Desinfektionslebensstil leben, ja. Dabei gibt es eben evolutionsbiologisch die Hinweise, dass die Kinder am gesündesten sind, die alles tatsächlich in den Mund stecken und sich also früh impfen, Natur impfen sozusagen, indem sie, also Beispiel ist ja die Kinderlähmung. Angeblich können nur Kinder die Kinderlähmung bekommen, die ein zu sauberes Leben geführt haben, also nicht in Pfützen oder im Dreck gespielt haben, dadurch nicht genügend mit dem Kinderlähmungserreger sozusagen rechtzeitig und früh genug in Kontakt gekommen sind, sodass ihr Immunsystem darauf nicht positiv reagieren konnte, sondern wenn sie dann im späteren Alter, wenn sie also in einer super sauberen Welt aufgewachsen sind und das Virus quasi später bekommen, wo das Immunsystem nicht mehr so positiv und so schnell lernen kann und darauf reagieren kann, dann kriegen sie angeblich tatsächlich Kinderlähmung. Also das heißt, wenn wir also wieder, wenn dann also die ganze Industrie, die ganze Wirtschaft, die ganze Medizin alles rausfindet, was wie Kinder eben gekonnt im Dreck spielen sollen ist, es gibt ja auch das andere Beispiel, Kinder, die auf dem Bauernhof aufwachsen und der Hund tobt über die Wiese und bringt alle möglichen Keime und Erreger mit und die Kinder kriegen die ab und werden naturgeimpft, dass das die gesündesten Kinder sozusagen sein. Ja, und wenn das dann allgemein gut wird und Kinder früh genug wieder alles in den Mund stopfen dürfen und uns sich infizieren dürfen und so weiter und damit immun werden und so weiter, dann wird sich zeigen, wie viele Impfungen wir dann überhaupt noch brauchen. Ja, also ich will nicht ausschließen, dass da noch die eine oder andere Impfung vielleicht als wirklich sinnvoll irgendwie übrig bleibt, aber trotzdem sozusagen halte ich es für möglich, dass dann viel weniger Impfungen als notwendig erscheinen plötzlich, wenn eben sozusagen das finanzielle Interesse oder beziehungsweise die finanzielle Belohnung für einen Irrtum, der Impfungen als unendlich wichtig einschätzt sozusagen, wenn da für der Belohnungsrahmen fehlt, sondern wenn nur noch die Gesamtgesundheit, dass die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten sozusagen, wenn die Gesamtgesundheit der Kunden zur Grundlage der Verdienst ausschüttungen wird und dann wird sich jeder Arzt fragen, wie viele mögliche Schäden riskiere ich mit einer Impfung, kann das Kind nicht auch im Dreck spielen und kann dadurch ein starkes Immunsystem kommen, kann das Kind nicht auch total naturbelassen ernährt werden, können wir nicht was dafür tun, dass es weniger Abgase in der Stadt gibt, sodass das Kind ein stärkeres Immunsystem hat und so weiter. Und dann plötzlich sind das ganz andere Überlegungen, wie man das Immunsystem stärken kann und dann vielleicht die eine oder andere Impfung nicht braucht und damit auch die dazugehörigen Risiken nicht braucht sozusagen. Also ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass also solche, diese Gedanke, so Teile des Medizinsystems in die Staatshand zu nehmen von Dr. Wodak, dass das leider nicht viel bringt, weil das Überfließen der vorteilbringenden Irrtümer auch in die staatlichen Aspekte, also auch das Gesundheitsamt ist doch infiziert von den vorteilbringenden Irrtümern des Medizinstudiums und so wird das dann auch mit der staatlichen Impfbehörde sein. Also da halte ich dann doch die Lösung der Next Scientist for Future für gründlicher und besser. Ja, und dann Richard David Precht war wieder zu hören in einer Sendung mit seiner These vom Arbeitsplatzverlust aller, ja, ich glaube, dass er da wirklich den Zentraldenkfehler macht, sozusagen, damit sind wir ja auch letztendlich bei den Tagesthemen mit dabei, ja, wo ist sein zentraler Denkfehler? Sein zentraler Denkfehler ist, dass er nicht erkennt, dass Arbeitslosigkeit immer dann entsteht, wenn sozusagen zu wenig Nachwuchs oder Zustrom im Bereich der Klügsten ist, dadurch keine neuen Dinge erfunden werden und dadurch keine neuen Arbeitsplätze geschaffen werden, dass man der Welt eben Güter anzubieten hat, die die ganze Welt auch haben will. Und diese, er sieht nicht, dass es die Fortschreitende, der Intelligenzschwund besonders Deutschlands und Europas ist, der dazu führt, dass wir natürlich bedroht sind von Arbeitslosigkeit, aber er erkennt eben auch nicht, dass vielleicht die Hauptfaktoren für Arbeitslosigkeit in Europa eventuell die Gewerkschaften, die Tariflöhne und die Mindestlöhne sind, denn es gibt keinen Grund, warum sich ein Geschäftsmodell zum Beispiel nicht lohnen sollte, wenn die Leute für einen Cent pro Stunde arbeiten, ja, denn dann könnten wir doch Vollbeschäftigung erreichen. Aber wir versuchen quasi, wenn ich Professor Hans-Werner Sinn richtig verstanden habe, ist es so, dass in Italien die starken Gewerkschaften des Nordens quasi für die Massenarbeitslosigkeit im Süden Italiens sorgen, weil sie sozusagen mit den Tariflöhnen quasi Standards setzen, für die es sich für einen Unternehmer nicht lohnt, im Süden Leute einzustellen, ja. Also müsste man dort, wenn die Tariflöhne weg wären, die Gewerkschaften weg wären, sondern wir nur noch einen guten Sozialstaat hätten, auch in Italien, ja, dann hätten wir in Italien dann auch Vollbeschäftigung, ja, und so weiter. Und in Griechenland genauso. Also das ist eben der Punkt, also wenn wir in Europa Massenarbeitslosigkeit bekommen, dann wegen dem Intelligenzschwund Europas, wegen den Tariflöhnen, wegen den Gewerkschaften und wegen den Mindestlöhnen, ja. Und das sind wahrscheinlich doch die wahren Ursachen. Oder sieht das jemand anders? Bitte in die Kommentare, ja. Ja, dann war der Presseclub, diesmal ist im Internetfernsehen aufgetaucht und da wurde immerhin eine gute Frage mal irgendwo gestellt, woher kommt denn der Hass, ja. Und ich glaube, das hat auch einer dann auch angesprochen. Das ist der Frust in der sozialen Marktwirtschaft, ja. Also die Regierung lebt ja in der antinaturwissenschaftlichen Illusion, soziale Marktwirtschaft, freier Markt und freie Arbeitsteilung seien positiv und seien das bestmögliche System. Und dabei übersehen sie, dass es für Menschen total frustrierend ist, in der sozialen Marktwirtschaft zu leben. Und daher kommt nämlich dieser Hass in der Gesellschaft. Und wir haben diesen Hass bei den Linksextremisten, ich glaube in Leipzig, die dann also mit ihren Steinwürfen Mordversuche gegenüber Polizisten gemacht haben. Und wir haben teilweise auch ein bisschen von diesem Hass auch spüren können bei denen, die sich in die Berliner Demos vom 29.8. reingedrängt haben oder eben ihre rechtsextremistische Parallelveranstaltung gemacht haben. Also wir haben eben einen großen rechtsextremistisch-linksextremistischen, total frustrierten Rand der Gesellschaft, von der sozialen Marktwirtschaft frustriert und durch die Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, die die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft lenken und die gesamten arbeitsteiligen Systeme lenken und so weiter, wird es dann dazu kommen, dass eben die Menschen nicht mehr frustriert sind, sondern glücklich in dem neuen System der Next Scientists for Future. Und dann hört von selbst auch der Rechts- und Linksextremismus auf. Der verschwindet dann ganz von selbst, weil der ist in erster Linie aus dem Frust geboren. Ja, dann wurde aber wieder deutlich in einem Kommentar im Presse- oder in einer Äußerung diese Hörigkeit gegenüber der Pseudowissenschaft. Das ist einfach so, der Mainstream der Gesellschaft, die Journalistenkönige, Politikkönige, Milliardärskönige, Unternehmerkönige, können eben, sind nicht in der Lage zu unterscheiden, was echte Wissenschaft ist und wo Pseudowissenschaft mittlerweile unsere Universitäten besiedelt hat. Und wenn dann Ihnen ein Pseudowissenschaftler irgendwas sagt, halten Sie das für die Wissenschaft und für die Fachkraft sozusagen und haben also sozusagen eine Hörigkeit gegenüber den vermeintlichen Fachleuten, die gar keine sind. Ja, das ist das Dilemma, in dem wir stütten. Ja, dann ist nochmal der Gedanke aufgetaucht. Wir haben ja schon mal angedeutet, dass es auch sein könnte, dass wir entweder auf ein extrem kleines, niedriges, bedingungsloses Grundeinkommen, allerdings nicht für Kinder, sondern erst ab 18. Da ist übrigens was Interessantes aufgetaucht. Hier, wo war das? Richard David Precht hat wohl irgendwann doch mal gesagt, dass er das bedingungslose Grundeinkommen erst ab 18 haben will. Das klingt ja doch schon wieder relativ vernünftig, ja, weil das würde ja bedeuten, dass er irgendwo ahnt, dass dieser Grundfehler, nämlich hier bedingungsloses Grundeinkommen ab Geburt von 1.500 Euro, könnte ja dann dazu führen, dass eine Hauptschulabbrecherin, ja, indem sie 20 Kinder in die Welt setzt, dass sie dann monatlich über 30.000 oder 40.000 Euro einfach so nettosteuerfrei verfügt, einfach nur fürs Kinderkriegen, eventuell Kinder verwahrlosen lassen. Ja, und wenn das bedingungslose Grundeinkommen erst ab 18 einsetzt, dann kommt das ja schon unserer Anregung etwas näher, nämlich Kindergeld abzuschaffen, jegliche Bezahlung für Kinder abzuschaffen, langfristig auch bei Hartz IV völlig abzuschaffen und eventuell Hartz IV zu senken und auf das tatsächliche Wichtige für eine gesunde Ernährung notwendige Minimum zu reduzieren. Aber eben jetzt der Gedanke, der jetzt neu war dazu, war, ja, wir brauchen das aber gar nicht frühzeitig zu thematisieren, sondern erst einmal können wir dafür sorgen, dass das Arbeitsamt, dass der Mitarbeiter des Arbeitsamtes nur dann Verdienstzuschläge bekommt, wenn er die Leute zu Hause abholt, an der Hand nimmt, von Betrieb zu Betrieb geht und nicht ruht, bis die Leute, bis ein ganz unbürokratischer Deal erreicht wurde, wo der Mensch eine Chance bekommt und wieder in der Arbeit unterkommt. Und wenn dann erst mal, sagen wir mal, 98 Prozent aller Arbeitslosen wieder irgendwo arbeiten und sei es auch nur ehrenamtlich, ja, und dann, wenn wir dann Hartz IV senken, ist das auch sozusagen kein Problem mehr, weil die Leute dann sich wieder langsam hocharbeiten können in der Arbeitswelt und irgendwann dann auch sowieso in ihrem Gehalt dann wahrscheinlich die meisten sowieso über dem bisherigen Hartz-IV-Satz dann liegen mit ihrem Einkommen, wenn sie sich dann so nach und nach wieder in der Gesellschaft bewährt haben und in der Arbeit bewährt haben. Also das heißt, wir brauchen das so. Ja, das gibt einfach dann weniger Diskussion, wenn man erst die Arbeitsamtreform macht und die Leute erst mal wieder alle in Arbeit sind und dabei sind, sich hochzuarbeiten und dann erst überhaupt bei Hartz IV etwas zu ändern oder beziehungsweise dieses Niedrige. Ja, ich habe es ja schon oft gesagt, die Grundfrage wird sein, auch das niedrigste bedingungslose Grundeinkommen würde dem Bürger jegliche Angst in der Gesellschaft wegnehmen. Ist das gut oder braucht der Mensch auch ein bisschen Angst um so etwas wie die gesunde Angst, um an der Gesellschaft wirklich motiviert teilzunehmen. Ja, das ist unklar. Da gibt es keinen bisherigen, keinen eindeutigen Beweis für die eine oder andere Seite. Schluck Wasser. Bitte unten rechts am Zahnrädchen schneller drehen, weil ich ja so langsam rede. Ja, dann sollte man auch vielleicht so darüber nachdenken, langfristig auch die privaten Krankenversicherungen aufzunehmen in den Kreis aller Krankenkassen, also die Trennung von privat zu sonstig aufzuheben und alle letztendlich, und das am Ende vielleicht nach dem Motto, wir brauchen nur ein Sozialsystem, alle den gleichen Krankenkassenbeitrag bezahlen und wir nicht so vorgehen, dass also auch sozusagen, sondern dass wir das sauber trennen. Alle zahlen den gleichen Krankenkassenbeitrag und wer ihn eben selber nicht bezahlen kann, kriegt ihn eben von Staats wegen bezahlt. Ja, aber so haben wir dann sozusagen, hat sich dann diese Trennung zwischen privater Krankenversicherung und gesetzlicher sozusagen, hat sich beendet und vielleicht sollten wir auch alle Krankenversicherungstarife für Selbstbeteiligungstarife öffnen, wie man sie aus der privaten Krankenversicherung kennt, weil dann auch viele Bürger sagen können, ja, also ich habe so viel gespart, dass ich mir das erlauben kann, dass ich, was weiß ich, bis zu 3000 Euro im Jahr oder wie auch immer, bezahle ich alle medizinischen Rechnungen selber und erst danach geht dann die Krankenversicherung, steigt dann zu 100 Prozent der Rest der weiteren Kosten pro Jahr ein. und das hätten wir dann, dann haben wir da auch noch die Möglichkeit, dass die Leute, die unbedingt sozusagen einen niedrigen Krankenkassenbeitrag wollen, indem sie lieber einen hohen Selbstbeteiligungsaspekt haben, dass das auch dann in jeder Krankenversicherung möglich ist. Ja, dann, aber das sind so Gedanken, da kann man mal drüber nachdenken, ja, denn letztendlich brauchen wir erst mal gar nichts zu ändern, wenn wir die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten einführen, ist das ja sowieso eine so radikale Gesundheitsreform, dass sich sowieso schon praktisch alles zum Guten bewegt, ob wir dann noch wirklich PKV, private Krankenversicherung und gesetzliche zusammenlegen müssen, sollten oder harmonisieren sollten und dann Selbstbeteiligung für alle als Möglichkeit anbieten sollten, das kann man ja dann noch mal diskutieren. Ja, dann war wieder eine Sendung mit Dr. Markus Krall mit seiner Verengung, Also für ihn ist eben der Pseudo-Sozialismus, Pseudo-Kommunismus und die Pseudo-Planwirtschaft ist das Einzige, was jemals existierte. Also für ihn ist es sozusagen, er kann einfach nicht darüber nachdenken und diskutieren, was vielleicht sein könnte, echter Sozialismus, echter Kommunismus, ja, Stichwort Bonobo-Kommunismus. Aus der Naturwissenschaft haben wir ja diese Hinweise, dass der Mensch eventuell ein Bonobo-kommunistisches Tier ist, sozusagen parallel, sozusagen der zweite, felllose Bonobo mit dem größeren Gehirn und den Technik-Händen, sozusagen, dass das, dass nicht nur der Bonobo ein kommunistisches Tier ist, sondern eben auch der Mensch ein Bonobo-kommunistisches Tier sein könnte. Darüber kann man nachdenken, wenn man das kann, wenn man nicht sozusagen sich Denkbarrieren selber schafft, indem man ein Feindbild aufrichtet und dass der Pseudo-Kommunismus das letzte ist, ja, und der Pseudo-Sozialismus und die Pseudo-Planwirtschaft, dass das natürlich sozusagen unterlegen ist, weil es das Allokationsproblem nicht beachtet. Also Allokationsproblem ist ja das Problem, dass eben zum Beispiel bei der Pseudo-Planwirtschaft der Staat sich anmaßt, er könnte entscheiden, wohinein er investieren muss, was die Leute wirklich wollen, ja, und so weiter. Während Dr. Markus Krall sagt, genau dieses Problem sollte man besser Marktelementen überlassen. Aber dann daraus zu schließen, dass man alles den Marktelementen überlassen sollte, das ist der große Irrtum von Dr. Markus Krall, denn ich habe ja eben gezeigt schon, welche katastrophalen Folgen freier Markt grundsätzlich immer haben muss und freie Arbeitsteilung. Das heißt, wir brauchen ein gesundes, echtes, planwirtschaftliches Schutzdach mit der Wohlfühlstimme, den Gesundheitsdaten, den Langlebigkeitsdaten oder andere positive, gezielte Anreizsetzungen von Staatswegen, die die Wirtschaft lenken und die die Schädlichkeiten von freiem Markt und freier Arbeitsteilung verhindern und beändern, sozusagen. Und mit echten Wissenschaftlern kann man immer auch offen diskutieren, eben ob es nicht doch auch einen echten Kommunismus, echten Sozialismus, echte planwirtschaftliche Schutzdächer oder echte planwirtschaftliche Elemente und Schutzelemente geben könnte, unter deren Schutzdach dann man gezielt auch Elemente von Markt einsetzen muss und kann, um eine maximal effiziente Gesellschaft zu erzeugen. Aber im Moment, also das, was wir jetzt haben, also bei Dr. Markus Krall ist ja sozusagen dieser Großirrtum so, auch geht ja auch so weit, dass er, ja, aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob das berechtigt ist, er tut ja so, dass er den Nationalsozialismus auch in die Sozialismen einreiht. Aber eigentlich hat er damit doch eigentlich relativ wenig zu tun, außer, dass es auch dort im rechtsradikalen Bereich auch revolutionäre Tendenzen gibt, ja. Aber eigentlich sozusagen hat sich der Pseudo-Sozialismus und Pseudo-Kommunismus und die Pseudo-Planwirtschaft Russland, der Sowjetunion und all der anderen bis hin nach China und so weiter natürlich als schädlich und als Killer erwiesen und als Massenmörder und so weiter. Aber zum Beispiel den Nationalsozialismus würde ich eher überwiegend als durch den freien Markt erzeugt sehen. Also die Leichen, die da erzeugt wurden, auch die Kriege wie Erster Weltkrieg oder andere Kriege davor und so weiter, würde ich als direkte Folge des freien Marktes bezeichnen. Also ich kann es ja nochmal, Schluck Wasser, ich kann es ja nochmal kurz zeigen. Also zum tausendsten Mal, ich verweise auf die 700 anderen Sendungen, wie sie zum Beispiel in den vier Playlists des Senders News und Talks zu sehen sind und auf die sechs Homepages. Also hier haben wir den ersten Frühhändler und der hat Steinexte dabei und der erzählt die Wahrheit. Eine Kommune hat die andere besucht nachts und die Getränke flossen in Strömen und das war ein Fest der Liebe und der Zärtlichkeit und so weiter. Und der andere hat Sprachprobleme, der übersetzt das falsch, das ist der erste Frühhändler, der sich irrt, hat auch Steinexte dabei und der erzählt zufällig also die Geschichte dann aufgrund von Übersetzungsfehlern völlig anders. Eine Kommune hat die andere heimgesucht und das war, das Blut floss nur so in Strömen, es war ein Blutbad, ganz schrecklich und haben alle umgebracht und so weiter. Und dadurch entsteht in den Zuhörern Angst, sie kaufen ihm Massen an Steinexten ab und fangen auch darüber an erstmals nachzudenken, ob sie nicht einen Präventivkrieg machen sollten, die Nachbarkommunen totschlagen sollten, bevor die auf die Idee kommen, sie selber tot zu schlagen. Und dieser Frühhändler wird natürlich mit diesem vorteilbringenden Irrtum, der wird diese Geschichte immer wieder erzählen, weil er, immerhin ist sie erfolgreich, also er oder es geht ihm gut oder auf jeden Fall Händler, die solche Geschichten erzählen, verkaufen einfach viel mehr Steinexte und Frühwaffen als andere Händler und damit kann er dann hier zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren und so weiter und kann also sozusagen, egal in welchem System die Leute sich damals gepaart haben, kann er auf jeden Fall sozusagen, wird er der Vorfahre eben der heutigen Waffenhändler und die heutigen Waffenhändler, tragen eben auch diese ganzen Irrtümer mit sich mit im Kopf herum und dieser vorteilbringende Irrtum, den kann man auch so bezeichnen, ja, der Mensch ist nun mal kriegerisch, ständig hat er Tendenzen, über die anderen herzufallen und deswegen braucht es uns, die Waffenindustrie und so weiter, ja, und mit dieser Mentalität sprechen sie auch entsprechend mit den Politikern und dann kommt es eben dazu, dass die Politiker oft das ähnlich sehen und dann eben Kriege losgetreten werden, weil, wie gesagt, man ja einfach sowieso sagt, Krieg gehört eben zur Natur des Menschen und deswegen, ja, okay, und wenn man sich da mal vertut und Saddam Hussein eben eben doch keine Massenvernichtungswaffen hatte und so weiter, naja, dann ist es nicht so schlimm, also auf jeden Fall war er unsympathisch und Krieg ist nun mal ein ganz natürlicher Vorgang und so, so, in solchen Welten leben dann diese ganzen Waffenhändler und die Politiker, mit denen sie befreundet sind und so weiter und so ist dann quasi sozusagen wahrscheinlich auch der Zweite Weltkrieg entstanden, ja, dass das eben sozusagen freier Markt und freie Arbeitsteilung, freier Waffenhandel und so weiter das Problem erzeugt haben und die Lösung ist ja auch, habe ich auch schon tausendmal genannt, dass die Waffenhändler in Zukunft dann ihre gleichen sozusagen, die Aktionäre und so weiter, ihre gleichen Dividenden beziehungsweise finanziellen Belohnungen bekommen, wenn die Zahl der weltweit getöteten Menschen, das kann man vielleicht regionalisieren oder was auch immer machen, auf jeden Fall um 5% jedes Jahr zurückgeht, sodass die Firmen also sich umdefinieren und umschwenken und zu Friedensförderungs- und Gewaltverhinderungsfirmen werden, ne, und dafür kriegen sie dann gutes Geld weiterhin, ja, und dann haben wir sozusagen das Problem gelöst, also haben den Fehlanreiz weg, die Fehlanreize weg, die vorteilbringenden Irrtümer erweisen sich dann als nachteilbringende Irrtümer und die Wahrheiten über die Friedlichkeit des Menschen und so weiter werden zu vorteilbringenden Wahrheiten und die vorteilbringenden Wahrheiten breiten sich in alle Welt aus und die Erde wird pazifistisch, wie sie wahrscheinlich, höchst wahrscheinlich, vor 400.000 Jahren war, vor der Erfindung von Tausch, Tauschhandel, freiem Markt und freier Arbeitsteilung. Ja, ich glaube, damit ist ja alles gesagt, ne. So, dann gehen wir noch mal die Tagesthemen durch. Also, Richard David Precht haben wir behandelt, Dr. Markus Kralls Zentralirrtümer haben wir behandelt, also seine Unfähigkeit, Pseudo-Dinge von der Diskussion über mögliche echte Varianten zu unterscheiden, ja, das ist, und dann eben seine Bevorzugung von freiem Markt überall, anstatt zu erkennen, dass der freie Markt uns ständig Kriege gebracht hat und immer wieder Kriege bringt und Leiden überall auf der Welt bringt und dass deswegen der freie Markt unbedingt, freier Markt und freie Arbeitsteilung unbedingt beendet werden müssen. Das heißt nicht, dass nicht Markt und Wettbewerbs und Leistungselemente nicht gezielt eingesetzt werden sollten unter einem planwirtschaftlichen Schutzdach, aber niemals darf man sie unkontrolliert wüten lassen, den freien Markt und die freie Arbeitsteilung. Die Quittung dafür haben wir in den letzten 400.000 Jahren Leidensgeschichte der Menschheit bekommen. Ja und die Sache ist eben so, dass Markus Krall aber sicherlich Recht hat. Solche Leute wie Noam Chomsky und Rainer Mausfeld und in vielen Aspekten auch Christian Fellber und sogar die ÖDP mittlerweile, die sich gewandelt hat, sind infiziert so von diesem pseudosozialistischen, pseudokommunistischen Gedankengut und haben so Elemente. Ja, Christian Fellber hat ja auch sozusagen starke Züge dahin, dass dann aus seiner Sicht die Demokratie dann dazu führen würde, dass es doch auch zu einer pseudoplanwirtschaftlichen Begrenzung von Einkommen kommen sollte und könnte und würde. Also das sind schon, da zeigt sich, dass er schon irgendwie auch liebäugelt und sympathisiert sozusagen mit solchen ja, pseudokommunistisch, pseudosozialistisch, pseudoplanwirtschaftlichen Gedanken spielen sozusagen. Und leider hat sich die ÖDP, die ökologisch-demokratische Partei, auch so in diese Richtung entwickelt. Die war früher eher die konservative, umweltorientierte Partei und ist jetzt eher so in die Nähe des Linkslastigen, also in die Nähe des Pseudo-sozialistischen sozusagen eher gerückt und damit auch in diese Nähe natürlich deswegen auch eine Verbindung mit Christian Fellbers Gemeinwohlökonomie, der GWÖ und damit auch so ein bisschen in die Nähe von Noam Chomsky, Rainer Mausfeld, Christian Fellber, ich glaube sogar Rainer Mausfeld, ich glaube, den haben die auch ganz oft bei der ÖDP reden lassen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich weiß es nicht genau, aber ich erinnere mich so dunkel daran. Ja, das heißt, also da ist schon so ein pseudosozialistisch, pseudokommunistisch, pseudoplanwirtschaftlicher Block zu erkennen, aber eben die Next Scientists for Future würden ja eben dafür sorgen, dass es zu solchen unsinnigen Fehlentwicklungen nicht kommt. Also Dr. Markus Krall öffnen sich für die Next Scientists for Future und für vernünftige Überlegungen über die Frage echter planwirtschaftlicher Schutzdächer, echter Sozialismen, echter Kommunismen und dem gezielten Einsatz von Marktelementen, Leistungselementen, Wettbewerbselementen in gezielter Form und so weiter. Ja, mit dem Schwerfallen denke ich, vermute ich. Ja, und dann KenFM steht halt auch für die Seite, die wir auch heute nochmal ansprechen, eben, dass wir tatsächlich sozusagen sehr viele Menschen haben, die dazu neigen, so wie jetzt Putin quasi ohne Beweis quasi unterstellt wird, er hätte da wahrscheinlich einen Mordauftrag bezüglich Nawalny oder sowas getätigt, ohne Beweise wird ihm das einfach unterstellt, einfach Verdacht ist da, also ist er schuldig. Ja, das ist, das widerstrebt jeder rechtsstaatlichen Vorstellung, ja, das ist eine Vorverurteilung und aber leider neigen KenFM und die vielen anderen, die man so im Allgemeinen so aus dem Verschwörungstheoretischen Kontext bezeichnet, ja, all diese, die ich jetzt kaum noch beachte und kaum noch wahrnehme, weil es wirklich Zeitvergeudung ist, die neigen eben dazu zu sagen, nein, es sind nicht Systemprobleme, es sind böse Menschen, da will ein böser Bill Gates, hat böse Pläne und böse Absichten, ja, und damit hat er drei Millionen, über drei Millionen Klicks erzeugt mit dieser einen Sendung zum Beispiel, ja, und bitte nochmal zur Erinnerung, bitte KenFM, alle Leute, die schon mal dazu geneigt haben, ja, ich habe das in den Kommentaren ja erlebt, wie, wie durch unseren Auftritt zum Beispiel beim, beim Corona-Ausschuss, also nicht beim ACU, beim Außerparlamentarischen Corona-Ausschuss, sondern beim Corona-Ausschuss mit den vier AnwältInnen sozusagen, wie dann Zuschauer so gesagt haben, ja, ich war auch schon gefährdet, jetzt mal da irgendwie einen bösen Plan zu unterstellen, aber es ist eben vielleicht nur ein Systemfehler, es ist mangelnde Intelligenz, es sind Irrtümer, es sind vorteilbringende Irrtümer, ja, versuchen Sie auch, KenFM, Ken Jebsen, versuchen Sie bitte auch, den Schwenk zu schaffen, es sind Systemfehler, es sind vorteilbringende Irrtümer und Menschen, die sich irren sind, mindestens genauso gefährlich wie Menschen, die böse Pläne und böse Absichten haben. Und ich brauche nicht jemanden, ohne einen Beweis zu haben, böse Absichten unterstellen, wenn ich ganz klar Hinweise dafür habe, dass dieser Mensch sich irrt und ich gehe davon aus, dass sozusagen ja, Microsoft-Gründer Bill Gates einfach voll ist von den vorteilbringenden Irrtümern einer entleisten Medizin und Pharma und Impfindustrie und wirklich glaubt, dass sozusagen die Gesundheit der Menschheit nicht in einem gesunden Lebensstil, in einem naturorientierten Lebensstil und einer naturorientierten Ernährung liegt, sondern in einem Impfprogramm, wo die ganze Menschheit ständig geimpft wird, ja, um diese Immunschwäche auszugleichen, die die krankmachende Industrienahrung erzeugt hat und der denaturierte Lebensstil erzeugt hat. Also es ist quasi so, eigentlich ist es ein ganz einfacher Irrtum. Wenn jetzt, bitte, man kann sagen, bitte, lieber Bill Gates, kommen Sie endlich zur Erkenntnis, hören Sie, studieren Sie bei den Next Scientists for Future, damit Sie erkennen, dass die Immunstärke der Menschheit gestärkt werden kann durch die Kombireform, Ernährung, Gesundheit und Pflege, durch kerngesunde, naturbelassene Ernährung, kerngesunden, gesunden Lebensstil, Steigerung des Wohlfühlens in der Welt und so weiter und Bevölkerungsreduktion, ja, ein Gesundschrumpfen der Menschheitsbevölkerung, in dem wir sozusagen das massenhafte Kinderkriegen der Hungernden sozusagen beenden, habe ich ja auch schon oft beschrieben, wie man das ganz sanft und ganz menschlich und behutsam machen kann und ja, und ja, von daher, es ist eben vielleicht auch bei Bill Gates nur ein kleiner Irrtum. Er bräuchte nur umschwenken und sagen, ja, ich werde der Retter der Menschheit, indem ich den Reformen der Next Scientists for Future Unterstützung zukommen lasse, deren Umsetzung überall propagiere und dann kriegen wir gesund ernährte Menschen, wir kriegen die Überbevölkerung in den Griff, reduzieren die Bevölkerung, kriegen eine, ja, vielleicht permakulturell ausorientierte, naturnahe Form, der fast schon nicht mehr Landwirtschaft, sondern wieder natürlich, also ein Begärtnern der Erde in Richtung einer für Menschen optimalen, naturbelassenen Ernährung mit den höchsten Vitalstoffmengen und so weiter, Ursorten, Rückzeugzüchtungen und so weiter und dann, Herr Gates, sind Sie ja auch sozusagen ein Helfer und Menschenfreund und lassen Sie einfach von Ihrem Irrtum ab, dass alles nur über Technik zu lösen sei, geben Sie Ihren Blindenfleck auf, was die Fehlernährung der Menschheit betrifft und so weiter und den krankmachenden Lebensstil sozusagen der Menschheit betrifft und setzen Sie nicht auf die technische Lösung einer künstlichen Impfung, sondern lassen Sie die Menschen wieder auf natürlichen Wege immunstark werden und damit ist das Thema doch vom Tisch. Ja, ich glaube, das war es schon wieder mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute, mit den Tagesthemen, mit dem wissenschaftlichen Heute-Journal. Tschüssi, bis bald.